Ich will nicht schon vergiftet werden, auch wenn Wayne jetzt inzwischen zwei Giftdinger übernehmen könnte. Wir müssen das als schwächste HP-Einheit machen. Wir werden nicht mal vergiftet. Ja, einfach alles drauf. Da, was ich sagen will heute... Keine Ahnung, ich will das, glaube ich, gar nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass es immer gleich an der Tür ist, mit den Gegnern, die so an... Ah, ich könnte das jetzt euch mal zeigen. Man weiß ja, wofür die roten Falkrugeln stehen. Wir gehen hier zu der Klatschka-Dingens-Tür. Und dann werde ich gleich mal, nach dem Schnitt, der die Zeit dringt, zeigen, was sich hinter dieser Tür befindet. Äh, bisschen Gleitsche. Hi, der Witzka. Ah, was soll ich sagen? Mein Barrierstützmotorn, alles regelmäßig ab Audacity. Mein TS-Emulator ist vorhin auch abgeschmiert. Und das heißt, da man ja hier nicht zwischendurch speichern kann, musste ich den ganzen schönen Weg nochmal hier runter herlaufen. Ich wusste gar nicht mal, wo wir waren. Ich hab mal die Zeit ausgenutzt, um alles mal zu kartografieren. Ähm... Und jetzt denke ich mal, hier war gar nicht so schlecht. Ah, war schon wieder ein Kampf. Hinter... Oh nein! Soll ich mehr Gift, bitte? Kein Gift. Gut, danke. Ah, das ist doch echt nicht mehr wahr. Nein, ich sollte nicht so pessimistisch hereingehen. Immerhin. Topwerk 3 sollten... Ich sehe gerade auf der Karte der Vorhaut im Visier, weil wir jetzt Pech haben. Oh, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da kann ich nämlich jetzt hingehen. Oh, du machst Verschancen. Du blockst. Salbe. Und du machst... Ausdauer. Bist du voll? Nein, fast. Ja, alles. Eigentlich sollte er auch so auf Feuer kommen, aber egal. So, dann werden wir... Genau. Jetzt kommt nämlich der... Hat der Karte gerade den Maulwurf getötet? Oha! Das ist mir auch neu. Egal, jetzt habe ich mich ja hier. Verschancen hast du schon gemacht. Eis... Salbe kann ich ja gleich noch machen. Aber Schutz ist noch wichtig. Dede... Dede... Kai... Kuiata... Dede... Es könnte passieren, dass ich heute noch öfter unterbrochen werde bei meinem Bruder. Auch wenn es der große Bruder ist. Manchmal will ich anhänglich sein können. Oh mein Gott. Hoffentlich bist du schneller. Jetzt kommen wir auch selber machen. Wenn ich Mut mache, ist Tyra wieder an. Das kann doch mal lassen. Achmannnnn. Ähmhm. Das ist doch nicht hörbar. Das... Es ist generell immer schön, wenn die Geschwindigkeiten, in die Unterricht immer so unsagbar zufällig ausdämmen, ein bisschen zufällig habe ich ja nichts gegen, aber das die variieren wie sonst sowas, gefällt mir nicht so ganz. Na, ja ehm mein, wir haben so eine Frontlinie. Das kann ein langer Kampf werden. Ich sollte auch kein Mann mit Grain verschwenden, weil der braucht das ja nur noch. Meistens. Ach, Kriata. Mit den vier Hörnern da oben, ey. Haben's noch Probleme? Korti. Muss das sein? Der greift ihn nochmal an, weil er so unserkbar sozial ist. Nein, ich befeutere. Immerhin, wir haben's geschafft. Mit richtigen Buff-Lager funktioniert das. Na, wirst du mir wohl fertig machen? Immer noch nicht, ja. Was wollt ihr denn von mir? Wir greifen nochmal alle einmal an. Riech, ne Fresse. Egal, wir haben's geschafft. Wir bekommen ein wenig mehr EP für die restliche Leute, die noch leben. Okay. Wir sollten ja nicht mal zu viele Phos treffen. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, ob Touch... Oh, Mann. Ob Touch kann mich wiederbelebt. Bevor ich da nochmal reinrenne. Immer die Wand hier markieren. Jaaa. Es macht Spaß, wenn ich hier zehnmal hier hoch und runter rennen darf immer. Die können sich natürlich nicht wieder nach oben teleportieren, mich wieder beleben oder runterlaufen. Aber da... Das ist mir die Zeit gerade nicht wert. Oh, nicht krieg ich den auf Platz. Ich hab keinen... Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, great. Fahr auch nicht irgendeiner, der ein bisschen mehr HP hat. Und dann krieg ich die auf die Runde Platz bin. Die krieg ich mit Kalio, die würde ich mit ihr machen. Na, vier Leute. Komm, wenn ich jetzt Glück habe, schaff ich das. Die ist platt. Du bist auch platt. Und du bist... Ein HP! Hehehehe. Hehehehe. Ich fange jetzt zu heilen. Ganz ehrlich. Das ist nicht deren Ernst. Das ist einfach nicht deren Ernst. Jetzt muss ich wieder meine schöne Mann aus dem Fenster schmeißen. Tyra heilen. Du bist der Out of Fight Heiler hier. Muss reichen. Ja, diese Aufbruchfähigkeit, die mir jede... Warte, war das wirklich, dass die Tür direkt... Was hab ich denn hier markiert? Ach, ich... Ich korrigere das später. Das passiert mal ein Blinkzeichen. Also, die Karte aus dem Gedächtnisversuch nachzuteilen. Ah, da war die Tür. Moment, einen kurz überrichtigen, bitte. Das stört mich einfach. Ah, meine Frisse. Haben wir das? Da geht's eigentlich nur noch hier runter. Die ganze Karte vielleicht mal gucken. Ja, der Rest ist ja... Vorerst mal versperrt. Oh mein Gott. Okay, ich hab jetzt kein Wort mich damit groß zu beschäftigen. Ja, ja, macht nix. Ich blocke. Ja, zwei, macht nix. Alles voll. Und ihr sterbt mal alle gepflegt. 64. 60. 93. 92. 92. Der Feind ist gefallen. Und hat sich doch in die Hase gebrochen. Ah, hier geht's auch noch lang. Und hier ist nichts. Wer hätte es gedacht? Hier noch was. Na, da geht's lang. Da geht's sogar noch um die Ecke. Ich werd jetzt noch zu Tasha gehen und gucken, ob sie meine Charaktere wieder will. Es werden mich sehr... Angebracht. Oh, ja. Oh, ja. Wer könnte nicht mal. Ich hab auch noch viel zu sehen. Ja, flieh, flieh. Ah, immer schaffst du das. Immer schaffst du das. Ah, hier geht's noch mal rechts lang. Mein Gott. Nix wieder durch. Ah, ich muss ja schnell da runter. Wegen Mana und allem. Wenn die jetzt nicht wiederbeleben können, dann ist das halt auch scheiße. Druder am Platz zu vorn. Wie geht's voran? Du Flüssigkeit. Wohlbefinden. Ja, ja, ja. Was sagt... Was sagt... Was? Da verlebt... Oh, ich liebe nicht Klatschka. Ja. Okay. Alle grauen müssen wir sowieso fertig machen. Daneben. Ah, schön. Ihr lebt alle in der Ruhe. Bis auf den Panzerkäfen. Dafür kann ich jetzt einfach... Ach nein, ihr beide. Glaubt, besser nicht hier lang. Na? Verdrückt. Ach, neee. Mal mach's so kritisch, das sollt ihr erreichen. Besten Dank auch. Bevor ich jetzt wieder mit halbem HP da reinrenne... Na, geht ja schnell sowas. Okay, wo geht's hier lang? Ah, Türen bis zum Abwinken. Ähm... Ein Sammelplatz. Ernten... Ach, ernten kann ich gar nicht. Muss ich noch lernen. Hab ich dafür Punkte übrig? Du kannst ernten lernen und du brauchst... Und du machst grad eh keine sinnvollen anderen Skills, die du brauchen könntest. Was kriegen wir denn? Ein Bernstein. Ein Bernstein. Und... Noch ein Bernstein. Vielleicht kann man damit neue Sachen kaufen. Das markier ich mir ganz kurz, weil ich... Zeit kriege, danke. Die Tür sollte ich auch noch schnell markieren. Das sind so die Stellen, die kann man sich ohne kleine Markierungen nicht mehr richtig... merken. Aber wenn man... irgendwelche setzt, dann... sind sie... ohne weiteres zu verdienen. Weil diese Römmel sind exakt nur ein Filter groß. Der hier ist nichts. Ach, einfach drauf. Der hier ist ein bisschen, dass... ähm... Klatsch kann man wiederbeleben können. Das wusste ich vorher noch gar nicht. Das heißt, wenn ich...